Moin so meine Lüben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde First Time! Heute definieren wir First Time mal ganz neu, denn wir spielen On. Und mehr First Time als On geht halt wirklich gar nicht. Ich habe den Typen ein einziges Mal in meinem Rank bisher gehabt. Hat natürlich in meinem Team geintakt, danke dafür, Shoutouts gehen raus, ne? Und ansonsten ist dieser Champ komplettes, komplettes Neuland für mich. Wir spielen gegen Nasus per plane. Und guck mal, wie das Ganze so wird, ne? Moin so Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde First Time. Diesmal mit Ornn, dem neuen Champion. Und wir gucken mal, wie das Ganze so wird. Also die All-Tags von Ornn sind schon mal ganz nice. Ui, Damage ist nett. Wir haben Ignite. Dürfen wir nicht vergessen. Die Gegner haben aber einen Jungler. Dürfen wir auch nicht vergessen. Können wir doch mal All-In gehen, oder? Das war ein guter Damage. Der Damage ist geil, aber irgendwie, wenn es drauf ankommt, verkacke ich die Kombo immer. Die, die, die Kombo ist halt so leicht zu verkacken, weil der Champ sich halt mega scheiße spielt. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Die Gegner haben aber einen Jungler. Dürfen wir auch nicht vergessen. Oh, nein. Oh, nein. Die ganz well verkackt mit dem Champion. Passiert. 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 Nein! Nice. Alter! Nein! Da! Alter! Wer kann denn so eine Scheiße-Design? Oh mein Gott! Meine Fresse! Bitte! Erlöst mich von diesem Leid, Alter! 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 Natürlich trifft er eh nicht! Ich glaube, der Champ hat nur so eine geringe Win-Rate, weil 50% aller Spieler nach 5 Minuten Rage quitten, weil sie merken, wie beschissen sich der Champion spielt. Also, da haut er Angst vor. Und da war aber noch shows, dass das so eineическая Methin gewinnt wird. Das schstrings wie judgmentiert wird, wenn der Herrknaps-Whatcher略 bei der 80% aller Card oder die gibt. Aber erwar das wird verwirrt, der Stay-Design mal gesehen. und erlert sich- Alter, ich habe meinen E getroffen und 30 Damage gemacht. 1b9 Performance jetzt hier schon wer von mir. Geil, jawoll, ich habe jemanden getötet. Easy, der Champion ist richtig nice. Das ist ja komplett Pre-Alo, Leute. Du dachtest, du kannst mich auch playen, ne? Egal, egal, ich bin da. Presence reicht. Ja, 1 ist ja komplett OP. 1 ist ja komplett broken. Das war ja eine 1b9 Performance von mir. Easy. Habt ihr das gesehen, der Schaden? Das kam nur von mir, nur von mir. Boah, schon wieder 1-Man-Show. 1-Man-Show von mir, seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott, das bin nur ich. Jawoll, easy game, geil. Oh, das ist so ein toller Champion. Ich hoffe, es hat euch gefallen, super Champion. Richtig nice, probiert ihn aus im Rank, aber bitte nur im Gegnerteam.